Und ich habe zwei absolute Lieblingsinstrumente, die ich besonders gerne höre, das entgegen das Klavier und die Trompete. Und ich habe zwei liebe Musiker Instrumente, das sind Trouba und Parnabé. Ich wünsche uns einen vergnüglichen Abend bei diesem Konzert. Ich wünsche euch allen, dass ihr ein Spaß macht, bei diesem wunderbaren Konzert. Und danke bei der Gelegenheit auch nochmal ausdrücklich Jelena Gromowa, die eigentlich nicht fast immer, wenn es hier etwas Schönes mit Musik und Film zu tun hat, auch für die Organisation zuständig ist. Herzlichen Dank. Ich wünsche euch allen, dass ihr Herzlichen Dank für die Geräte und 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 die Geräte, die praktisch in allen Gesprächen, die mit der Musik und mit den Filmen und die Geräte und die